Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und eine wunderbare, herrliche Nacht. Tja, wo sind wir? Hm, das sieht wohl irgendwie nach dem Stuttgarter Marktplatz aus. Nein. Aber jetzt erstmal ab ins Video. Heute geht es um die Frage, ja, oversized equipment. Ja, hm, was ist denn das? Naja, ist eigentlich ganz einfach. Das fällt so ein bisschen auch in die Abteilung Gas. Gear Acquiring Syndrome. Und ja, machen wir doch mal ein Beispiel. Ja, das ist so, man kauft sich ein Motorrad, zum Beispiel den Triumph Speed Triple, und fährt damit in der Innenstadt 50. Oder fährt über die Landstraße und fährt, ja, mit knapp 100, wo andere Leute 120 fahren. Oder man fährt, wie vorher, gleich schön, haha, durch eine Kurve, ganz gemütlich, auf der rechten Seite und wird rechts überholt, äh, links überholt. Von einer, ich glaube Aprilia war es, ja. Ähm, ja, sprich, also man kauft sich Sachen, die mehr können, als man selber eigentlich braucht. Ganz klar, äh, das machen wahrscheinlich alle Leute irgendwann mal. Angefangen beim, äh, Computer. Mit einer mega Grafikkarte, wo man sich fragt, ähm, arbeitest du für Industrial Light? Und, ähm, oder andere Leute kaufen sich auch auf YouTube sehr beliebt, äh, einen dicken, fetten Pkw der Supersportabteilung, also, äh, der Supersportabteilung auch, aber primär der Sportabteilung eines Limousinenherstellers. Und da fragt man sich auch, hä, hä, wozu braucht dieses oft vorhandene Milchmobil ein? Denn, bitteschön, so einen riesen fetten Karren, um die Wirtschaft anzugucken, ganz klar, logisch. Was sonst? Oder neulich bin ich selber mal Probe gefahren. Ja, Probe gefahren, Wahnsinn, ich? Ein Pedelec. Ja, nur, ich werde auch alt. Und da kann man sich auch schon mal nach einem Pedelec umschauen. Ja, ich bin zu dreist. Oder, ja, einfach Sachen, die völlig, ja, überdimensioniert sind. Fernseher, Fotoapparate, Videokameras, Motorräder oder Pkw's. Und das sind so Dinge, da fragst du dich, warum? Warum muss das sein? Geht's nicht auch eine Nummer kleiner? Ja, oder braucht man's überhaupt? Ja, ich mein, ich fiel halt auch so ein bisschen nach, no, irgendwas tollen Digitalkamera, aber da muss ich mich dann auch fragen, hm, wofür? Hm, Fotos im Internet präsentieren. Oh, geil, toll, ich hab voll die schöne Naturlandschaft gemacht. Interessiert mich wirklich die Welt. Braucht man also nicht. Also, das Einzige, was wirklich groß interessant ist im Internet, sind Nackedeis und Ufos. Das sind wir nochmal ehrlich, ja. Irgendwelche ollen, äh, Marienkäfer auf einem verlausten Buchsbaum. Äh, wen interessiert's? Braucht man den Scheiß? Ja, man braucht den zum Spaß haben, klar. Aber benutzt man den auch? Also, ich mein, hier, die Tausender an Leistung, klar, das ist schön so von unten raus. Ach, tolle Bodenwelle, hä. Aber so die Nutzung an sich, hm, ist eigentlich nur bei so viel PS und so viel Hubraum wirklich angesagt, wenn man auch werbst am Kabel zieht. Also, nicht so wie ich. Also, ja, muss ich sagen, ein bisschen oversized, die Speed Triple für mich. Keine Frage. Da möchte ich mich nicht ausnehmen. Aber es ist halt manchmal echt so die Frage, braucht man's? Nein, braucht man nicht. Geht's nicht noch eine Nummer kleiner? Doch, eigentlich schon. Aber warum kauft man's dann? Hm, primär. Ja, natürlich, um Spaß zu haben, weil mit vollen Hosen ist gut stinken, wie man so sagt. Ja, hier war ich doch schon mal. Aber ich komm immer von der anderen Seite. Mir war auch, das kostet Geld und Sach. Klar, manche Sachen, die sind für den Moment ein ganz toller Kick. Aber so auf Dauer brauchst du den Scheiß gar nicht. Und da sollte man sich halt manchmal vor dem Kauf überlegen, brauche ich das im Sinne von, kann ich's überhaupt? so benutzen, dass das Ding auch wirklich bis in den roten Bereich benutzt wird. Ja, so meine ich das. Brauchen tue ich das primär dann auch oft die Sachen fürs eigene Ego, muss man doch zugeben. Und das ist halt so, ja, unter denen, die das Geld haben, quasi der Schwanzvergleich. Ja, das kann man einfach so sagen. Da geht nichts dran vorbei. Und ob du jetzt halt dir einen Lambo kaufst oder nur einen Porsche, das ist halt dann schon wirklich nur, guck, ich kann's mir leisten, Schwanzvergleich. Muss ich echt überlegen, macht's nicht Sinn, einfach mal eine Nummer kleiner zu kaufen? Ja, also, was brauche ich, eine Kamera mit 4K-Videoauflösung? Wenn ich dann sowieso daheim am Computer sitze und sage, oh, scheiße, der Speicher ist zu klein, dann brauche ich wieder einen größeren Computer. Aber selbst wenn ich einen großgenogen Computer habe, der mal im Schwanzvergleich standhält, dann habe ich 4K-Videos und kann super Qualität machen. Ähm, ja. Super Qualität mit einem absolut beschissenen Content oft. Und das ist halt auch so ein Ding. Selbst wenn du tolle Videos machst, ähm, ja, irgendwann... ist, ja, die Luft raus. Selbst wenn du dir einen großen, dicken, fetten Lambo kaufst, ja, toll, du fährst doch nicht ständig auf die Rennstrecke, wofür ein Lambo ja gar nicht geeignet ist. Und das sind so Sachen? Ja, oder ich, ja, hätte mir auch eine S1000R kaufen können. Ja, nett, schön, toll, aber ich glaube, ich hätte da ständig einen Angststreifen in der Hose. Und so ist halt dann auch die Frage, nachdem man sich entschlossen hat, ja, man braucht es, bleibt trotzdem die Frage, kann man es denn auch wirklich gebrauchen in dieser ausufernden, äh, Potenz von Technik? Und die Frage ist halt oft auch, äh, nein. Ich kann gar nicht und ich will und ich brauche es gar nicht. Braucht man es? Ja, man braucht es. Aber nicht aus Notwendigkeit der technischen Fähigkeit oder des technischen Anspruchs? Nein. Man braucht es, um sein Ego zu befriedigen. Man braucht es, damit man sagen kann, ja, ich habe die Hosen voll. Ja, ich brauche eine 1000er Maschine, damit ich sagen kann, ja, ich habe eine 1000er Maschine. Yeah, ich bin cool. Ich habe sogar eine 1050er. Ich bin doch cooler. Oh Mann. Auch wenn ich langsamer fahre, bin ich trotzdem cooler als ihr. Oh, das ist so ein Teil hier. Da fährt man sich. Nee, eigentlich brauche ich es nicht, aber es macht Spaß. Warum habe ich eine Schwabenlederkombi? Weil sie sicher ist. Aber die Zacken an der Seite habe ich dran, damit ich es Ego befriedigt habe, ja. Und auch der Performance-Schriftzug ist nicht normalerweise bei dem Modell in der Größe dran. Also es ist wirklich viele Sachen, die würden auch ohne dieses, ja, Tüpfelchen auf dem I obendrauf funktionieren. Man braucht nicht immer, ja, den Kuckhand und die Sahne und die Waffel oben auf dem Eis. Man kann auch stinknormales Wassereis schlotzen. Und das ist, ja, so sagt, da fragst du dich, wozu? Nur für mich. Nur für mich alleine. Und auch ein bisschen zum Angeben. Solange man keine anderen Leute damit behelligt und man es selbst auf die Reihe bekommt, ganz wichtig, dann ist die Sache eigentlich doch, ja, gar kein Ding zur Beanstandung. Man kann sich das nachkaufen, ja, darf man sicher auch. Solange nichts anderes kaputt geht dabei großartig, ja, stürzt doch kein. Also von dem her, ja, ein bisschen Luxus darf schon sein. Nur man muss halt schon ein bisschen irgendwie auch selber die Eier in der Hose haben, sich das zumindest selbst anzuschaffen. Ja, man muss es ja nicht unbedingt selbst wirklich bis zum Ende ausreizen können. Aber einfach halt, dass man zumindest sagen kann, ich kann es mir auch leisten. Ja, bei anderen Leuten läuft es halt so andersrum, so ich kann es mir dienen, aber ich kann es mir nicht leisten. Ja, auch was ich modal anspäle. Ah, unter dieser Brücke ab in die Auflösung vom Intro-Quiz. Ja, ganz klar, wo wir am Anfang des Videos waren. In Ulm, am Ulmer Münster. Ciao! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt mir in den Kommentar, abonniert den Kanal und kaut euch ein Motorrad. Verstanden? Oh mein Gott. Oh Gott. Herrgott. Grüß Gott, Herrgott. Ja. Tschüss. Grüß Gott, Herrgott. 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 Amen.